meine lieben ich wurde quasi genötigt dieses video zu drehen und an dieser stelle möchte ich einfach mal danke 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 an diese wahnsinnig tolle community auch an meine facebook gruppe falls ihr sie noch nicht kennt den link findet ihr unten in der video beschreibung ihr seid einfach alle zuckersüß und natürlich habe ich mich nehmen lassen mich sofort ranzusetzen und den hall abzudrehen der hier schon eine ganze weile liegt aber es ist so schönes wetter draußen aber ihr versteht das sicherlich so ich habe jede menge schönes neues tolles es gibt neue twinmarker soviel schon mal dazu neues washi tape und ich habe das kann ich euch mal direkt zeigen aus diesem endlich ein album gebastelt und weil ich daraus halt ein album gebastelt habe musste ich natürlich neue kaufen zeige ich euch mal direkt ich habe für das album 2 jeweils benutzt deswegen habe ich noch mal also aus dem habe ich ein album gebastelt aus diesem dunkelgrauen hatte noch ein pinkes und ein gelbes wie sich die farbe hier mal verändert ja mal gucken ob das deswegen hier und hier habe ich jeweils noch eins und ich zeige euch mal nur schnell das album so sieht es aus so so kommt ein extra video zu findet ihr entweder unten in der video beschreibung oder ab ja ich versuche es gleichzeitig irgendwie hochzuladen so dann das hatte ich ja schon mal gezeigt hier dieses ist ja absolut der hype bei action kann ich bestätigen schmeckt super lecker dann gibt es ganz süße neue do-yourself sets und zwar wo man so seinen eigenen bilderrahmen gestalten kann finde ich sehr süß hier einmal so als herzform da ist dann immer alles schon mit dabei so kleber und farbe und und zeug zum aufkleben und halt die mdf platten zubehör und ich sehe das kann man hinhängen und auch hinstellen hier da ist der ständer und da kann es aufhören ja ganz cool einmal hier als herz als stern finde ich echt süß und als haus und dann gab es noch ein viertes da habe ich jetzt vergessen was ist auf jeden fall nicht gefallen habe ich nicht mitgenommen dieses da gibt es von ist es diesen nehmen wir hier so einfach dicker da sind drei blätter drin sind 152 dicker so in kraft papier so wimpelartig und hier unten noch so ein paar sprüche und wer vielleicht nicht weiß wozu dieses lineal ist damit kann man die buchstaben in gleichmäßigen abstand auf die man nimmt nur wenn man jetzt in hallo nimmt man sich hallo und kann dann eben die spitzen hier so aufkleben und dann das so aus papier kleben und festkleben dafür ist das lineal so dieses ach hier sind noch so wimpel und noch so sprüche so dieses dann habe ich zum karten machen erst diesen schmeckerling hier entdeckt und dachte der auf eine karte irgendwie zum muttertag oder so total süß reicht schon vollkommen aus diesen und dann habe ich noch diese später entdeckt die sind halt ähnlich die sind sogar ein bisschen flacher wahrscheinlich besser für karten da habe ich diese 300 und müsste euch wie gesagt vorstellen noch so karte bis oben drauf schönes motiv papier hinter und denn hier einfach nur beste mutter der welt fertig total schön so dann gibt es ja so ein neues band und ach das finde ich auch wieder traumhaft schön hier so mit glitzer mit dekoband vier mal zwei meter haben wir einmal dieses 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 da ist auch wieder braunes gibt dann dieses das war das dann gibt es ja diese hier relativ neu die finde ich auch total cool wenn man diese auf eine karte so und um eine blume fertig hier blumen fertig gibt es auch wieder die gab es schon mal die gibt es jetzt wieder also hier so die gibt es noch im braun ich verstehe ich nicht braune blätter will ich nicht ich will kein herbst ich will das jetzt ganz ganz lange warm bleibt ja und dann habe ich wie gesagt von diesem boom hier da gibt es auch 8000 verschiedene ich habe jetzt die beiden und diese hier mitgenommen die finde ich sehr schön wie die so gemacht sind also so nicht so platt gedrückt so thema neues washi tape dann wird es sicherlich sechs pakete wieder geben mir haben jetzt ich mir gefallen ja diese dünnen nicht so gut deswegen habe ich jetzt nur die pakete genommen wo hier so breite mit bei sind auf jeden fall diese drei was jetzt die anderen drei dazu noch sind weiß ich leider nicht hab jetzt da auch weil wie gesagt bei dem dünnen bin ich nicht so up to date thema karten da muss ich nur mal gucken weil die sind so das ist hinten und vorne aber wenn ich schöne fensterdeko oder wie auch immer aber ich wollte eigentlich bin ich auch so was liebe ich karten zu machen oder auf dem album so ganz schön balkon haben sie ja im moment so kräuter da habe ich mal schnittlauch basilikum und petersilie mitgenommen mal schauen ob es das wird und auch einmal erdbeeren mal gucken ich denke mal da ist alles dabei irgendwie anzuchtzeit erdbeeren halt zwei terracotta-töpfe zwei substrat tabletten und eine tüte erdbeersamen ich werde euch berichten wie die erdbeeren schmecken wenn sie dann kommen sollen dann gibt es neue sticker davon glaube ich auch sechs oder ich habe auch hinter nur vier mitgenommen hier einmal mit den muffins cupcakes dann dieses hier fand ich auch sehr schön die schmetterlinge und die hier die finde ich auch das hier vor allem ganz simpel ganz einfacher gefällt mir super gut das dann ja doch immer mit weil ich da einen verschleiß habe ohne ende hier dieser cardstockblock da ist hälfte weiß und hälfte cremefarmenes papier drin den gibt es auch noch mal mit bunten papier dann habe ich bei der lieben nicole akka schnäppchenjägerin diese teile gesehen und habe sofort ich wollte eigentlich noch fertig machen aber das habe ich jetzt leider nicht gemacht sofort an ein do yourself gedacht und zwar entweder als album cover oder halt einfach zum hinhängen foto er foto sie zur hochzeit ich und er in love oder wie auch immer total cool ja habe ich mit meinem freund schon so rumgesponnen haben auch so fotos gemacht wie wir beide die wand küssen und dass wir dann praktisch hier die beiden fotos rein wo wir dann hier so die kussmünder sich treffen aber irgendwie mag ich mein seitenprofil nicht so sehr jetzt haben wir dann so überlegt so mit hände herz händen mal gucken irgendwas sonst einfallen habe ich auch immer gesehen dachte ich wie geil so natürlich sind auch text drin und die gefallen mir ja eh und da gibt es einmal diese einmal diese warte ich mal bis wie viel zwölf stück also jeweils sechs genau diese und diese sind drei dann gibt es hier von diesen 3d stickern auch jede menge neue da zeige ich euch jetzt mal welche ich mitgenommen habe einmal diese finde ich auch total schön dann ich sag mal wenn man die 3d nicht so nutzen will weil man ist hier so absicht sieht ja auch lustig aus als wir so abgerissen wenn man diese 3d nicht nehmen kann sich hier auch auseinander machen da sind so ganz ganz billige so action 3d klebepads drunter die kann man sich auch auseinander fummeln ja diese dann das hier das fand ich richtig schön zumal eine ganz andere farbe auch so so dann dieses hier das pärchen finde ich ein bisschen ja ja aber alles andere finde ich süß das und das hier noch weil na warum 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 ein kaktus im glas das und zum thema kaktus gibt es hier so schöne gebampsel zum aufhängen ein kaktus ja ihr kennt mich ja mittlerweile ich liebe kaktien ähm dann hier noch eine essensempfehlung die suchten wir dermaßen muss man nur gucken jetzt im sommer ist diese füllung diese vanille füllung schmilzt sehr schnell ach wie schade muss man sie halt schnell essen sehr lecker ähm dann will ich eine explosionsbox mal machen hier so und das in die mittelsatz dachte ich so wenn man irgendwie geld verschenkt oder ja keine ahnung glücksschwein zum 30. glück gehabt mal gucken dieses fand ich sehr süß auch ähm ich hab mal eine explosionsbox für freunde zur hochzeit gebastelt und da so mit auto und das jetzt nicht von action auto und äh geldscheine und ja um mal so das zu zeigen wollte ich nicht unbedingt echte geldscheine benutzen das ist übrigens von t die fällt mir gerade auf gehört hier gar nicht rein naja auf jeden fall habe ich das spielgeld gekauft für einen euro weil ich da halt diese explosionsbox nochmal nachbasteln will zum zeigen und das verlinke ich euch auch mal in der infobox genau ach so ja aber bei action habe ich diesen ich bin wessi aber mein freund ist leidenschaftlicher aussie und der darf doch ein travi gern mal mit ja auch daraus kann man dann eben die besagte da scheint es hier diese marken noch zu geben besagte explosionsbox basteln ähm dann gibt es neue motiv locher da habe ich mir jetzt ja einmal diese blumen mitgenommen da zwei stück aufs naja zwei gestanzt so versetzt übereinander klebt sehr schön so und dann noch zwei sachen dann kommt die twin marker kann ich diesen bilder haben da bin ich auch schon ewig dran vorbeigeschlichen dachte ja brauchst du es nein brauche ich überhaupt irgendwas nein aber ich kaufe es halt gerne man munke ich wäre kaufsüchtig mir egal an dieser stelle schöne grüße an dich musste sein ja auf jeden fall diesen bilderrahmen fand ich auch total süß weil lustigerweise wir haben fast ein identisches foto aus malta da sitzen wir auch in einem bus so oben und dann habe ich mir hier diese von disney diese sticker mitgenommen die hau mich jetzt ehrlich gesagt nicht von hocker die gibt es ja von winnie pooh mickey maus denn hier so mit kackhaufen und so ich weiß nicht ich finde die nicht schön deswegen habe ich mir jetzt nur diese variante hier mit den schmetterlingen mitgenommen so und jetzt kommen wir zu dem thema twin markern es gibt acht pakete wenn ihr twin marker der ersten stunde seid dann kann ich euch jetzt auch sagen welche tatsächlich neu sind die sind ganz gut farblich sortiert also wer jetzt einsteigt ruhig alle acht pakete holen dann hat man so ein random von sämtlichen farben aber wie gesagt seid ihr twin marker der ersten stunde dann haben wir hier die 9 und die 121 neu ich habe auch nur diese vier pakete gekauft wo neue stifte drin sind hier ist die 136 neu ich habe noch jede menge twin marker weil irgendwie ihr seht ja hier überall mal doppelte drin sind also wer da interesse hat kann mir gerne mal schreiben entweder instagram facebook wo auch immer hier ist die 182 neu und dann noch ein viertes paket da ist die 100 neu alle anderen gab es schon Entschuldigung ein kleiner rumser am ende das war es gewesen und wie gesagt ein ganz lieben gruß an alle da draußen riesengroßes dankeschön auch für jeden daumen nach unten hier an der stelle mal ein dankeschön das stört mich nämlich nicht und wir sehen uns im nächsten video bis dann tschüss 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 tschüss